Die siebte Siegerin aus der Gruppe Matthias. Die siebte Siegerin ist Diana. Und der fünfte Sieger in dieser Gruppe, ausgezeichnet mit einer Medaille natürlich. Und bitte wieder Applaus empfangen, der Philipp. Der vierte Sieger, der Maximilian. Und die nächste Siegerin in dieser Gruppe, die Frostmedaille für Camille. Zweite Siegerin, die Nadej. Und der erste Platz und die Goldmedaille, der sieger dieser Gruppe, was könnte das anders sein? Mit diesem Namen, Paul. Paul, Deutschland. Na klar, Goldmedaille für Deutschland. Zweite Frage. Dankeschön, das war die Gruppe Matthias. Erst geht weiter mit der Gruppe Martin.